Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen und damit auch einen wunderschönen Freitag morgen in die Runde. Ja, neues Krypto-Update Bitcoin bei 23.900 US-Dollar. Wir kriegen keine wirkliche Stärke in dem Markt. Wir konsolidieren weiterhin in unserer engen Range. Wir haben gestern schon ein kleines Szenario gesprochen. Das wird für mich auch immer immer wahrscheinlicher. Trotzdem uns fehlt ein bisschen einfach diese Impulsivität. Wir konsolidieren eben, wie gesagt, in dieser Range zwischen 23.500 und 25.200 US-Dollar. Aber so richtig Impulse nach oben oder nach unten kommen da nicht wirklich zu Gange. Wir sind weiterhin in einem Downtrend gefangen, zumindest auf den kleineren Timeprims. Wie das jetzt weitergeht, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Auch gerne den Zweitkanal abonnieren. Dort werden jetzt täglich dreimal am Tag Videos hochgeladen aus den Livestreams. Die nächsten Folgen dann heute. Und gerne natürlich in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr irgendwelche Alkoholwünsche habt, schreibt sie auch da gerne rein. Oder wenn ihr Bock habt auf Signale, gerne da reinjoin. Dort kommen dann immer wieder mal Updates von mir und von ein paar Kollegen auf jeden Fall rein. Gut, damit auch genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir starten direkt durch. Momentan, wie gesagt, 23.900 US-Dollar. Wir konsolidieren hier weiterhin. Haben so einen ganz, ganz minimalen Abtrend gebildet auf dem 1-Stunden-Chart. Aber ist nichts wirklich Halbes und auch nichts Ganzes. Wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass wir hier mit diesem Peak hier nochmal auf 24.600 US-Dollar unser tieferes Hoch bestätigt haben im Golden Pocket. Das ist eigentlich nicht so gut. Trotzdem übergeordnet. Das hier ist untergeordnet, übergeordnet. Befinden wir uns weiterhin in einem impulsiven Up-Trend. Das schauen wir uns gleich nochmal an auf dem Daily-Time-Film. Und aber auch in den kleineren Time-Films, sage ich jetzt mal 4 Stunden oder auch größeren Time-Films, in dieser Seitwärtsphase. Daran hat sich nichts geändert. Jetzt haben wir gestern mal im Livestream darüber gesprochen, was so als nächstes passieren könnte. Und da passt auch dieses Szenario sehr, sehr gut. Wir haben hier drunter unter eben dieser Range nochmal so einen kleinen Wig. Der würde uns hier bis auf 23.300 US-Dollar bringen. Das ist momentan für mich sogar das wahrscheinlichste Szenario, dass wir die Range grundsätzlich halten. Heißt aber, dass wir einen kurzen Wig nochmal hier drunter kriegen, die Liquidität fischen und dann hier drinnen eben, sage ich mal, weiterhin konsolidieren. Beziehungsweise versuchen wieder die 25.200 US-Dollar in Angriff zu nehmen. Müsste auch zu irgendeinem Wyckoff-Pattern passen. Ihr könnt es gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Ich bin jetzt nicht der Wyckoff-Fan. Trotzdem bilde ich mir ein, dass es irgendeinen Wyckoff-Pattern gibt. Dann hätten wir hier wieder so eine sogenannte Spring-Phase. Würden aber mit der, ich sage jetzt mal, Daily 4 Stunden, 1 Stunden Kerze so bald wieder hier drin schließen in eben dieser Range. Und dann versuchen nochmal die 25.200 zu knacken. Und dann aber auch mit einem positiven Ende in Richtung 26.600 US-Dollar. Das ist so momentan das Primärszenario. Ansonsten schließen wir hier wirklich die 1-Stunden-Kendel unter 23.500 US-Dollar. Das war das letzte Schluss-Tief, was wir hier auf den 1-Stunden-Chart gebildet haben. Gehe ich sehr stark davon aus, dass wir weiterhin in Richtung 22.800, 22.600 US-Dollar hier unten, die rote Zone, das ist das Golden Pocket, testen. Und war halt auch in der Vergangenheit immer wieder Support und auch Widerstand. Deswegen halte ich diese Zone für essentiell wichtig, um, sage ich mal, den Up-Trend nicht weiter zu gefährden. Jetzt blicken wir aber mal ganz kurz auf die größeren Time-Frames, schauen uns da mal ganz kurz ein bisschen so den Trend an. So, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, den Trend einerseits zu zeichnen. Natürlich auch hier, diesen Trend dürfen wir auch nicht unterschätzen. Solange wir hier auf dem Daily-Chart nicht unter, was haben wir hier, 21.500 US-Dollar fallen, ist das Ganze jetzt alles noch ein bisschen undramatisch. Klar, in den kleineren Time-Frames haben wir den Strukturbruch schon. Haben wir ja darüber gesprochen, dass wir das Golden Pocket angetestet haben bei 24.600, sorry. Da haben wir den Strukturbruch. Auf den größeren Time-Frames haben wir aber weiterhin höhere Hochs. Könnte jetzt nochmal runtergehen bis auf 21.500 US-Dollar und uns eben das höhere Tief hier bescheren. Also solange ist noch keine Panikmache. Trotzdem muss man sich ja natürlich auch in den kleineren Time-Frames dann ein bisschen orientieren, was als nächstes möglich ist. Da haben wir ja gerade eben darüber gesprochen, 22.700, 22.800. Das ist so die Zone, wo das Golden Pocket ist, bricht das Golden Pocket. Wäre wahrscheinlich der nächste halt hier unten, die 21.500 bis 21.900. Wir haben hier unten eine schöne Daily-Demand-Zone, die können wir hier auch mal ein bisschen verschieben. Also dieser Bereich hier wäre die Daily-Demand-Zone. Würde zumindest sehr, sehr großen Support bieten. So, und dann habe ich euch noch was rausgesucht. Das habe ich die letzten zwei Tage vergessen, mal ins Video zu packen. Und zwar so ein kleines Fractal. Ihr wisst, ab und zu bin ich da schon mal ein bisschen Fan und such da mal ein bisschen was raus. Und man sieht hier schon gewisse Ähnlichkeiten. Also von der Struktur her, wir hätten dann auch hier nochmal dieses, in Anführungszeichen, Fake-Out runter ins Golden Pocket, was jetzt nicht unbedingt verkehrt wäre. Würden dann nochmal ein neues hoch bringen in dem Bereich der 26.000 US-Dollar, um dann, sag ich mal, abzuverkaufen. Und nach diesem Fractal, und ihr könnt jetzt raten, oh ne, ich verrate es euch, sonst wird das wieder zu viel. Dieses Fractal ist von unserem ersten All-Time-Higher. Gehen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit. Da habe ich hier ein bisschen Ähnlichkeiten gesehen. Wir hatten diesen Abverkauf, das war dieser Abverkauf. Dann höheres hoch, nochmal höheres hoch. Wieder ein bisschen Konsolidierung, beziehungsweise hier dann ins Golden Pocket rein. Nochmal höheres hoch. Und das würde auch so ein bisschen zur Volumenstruktur passen, da wir ein bisschen abnehmendes Handelsvolumen haben. Nicht nur bei BingX, sondern auch bei Binance, größte Börse und so. Danach richten wir uns eigentlich in aller Regel. Und dann auch mit dieser Bearish Divergence würde es auch sehr, sehr gut passen. Also soll jetzt keine Panikmache sein, wir beobachten es. Es würde grundsätzlich zu unseren nächsten Steps passen. Und auch zu den darauffolgenden, weil ich ja immer noch davon ausgehe, okay, die 18, 19k-Marke, das übergeordnete Golden Pocket von diesem gesamten Impuls nach oben hin, würde da sehr, sehr gut reinstechen und würde auch für das insgesamt höhere Tief sorgen. Wir hätten dann auch hier, wer Pattern Trader ist hier, so ein schönes Inverse Head & Shoulders, würde sehr, sehr gut dazu reinpassen. Gleiche Struktur auch hier drüben. Wir hatten hier immer wieder höhere Hochs, immer wieder höhere Hochs. Dann der Abverkauf, dann auch hier, aber hier dann unbedingt den Bounce eben bei 18.000, 19.000 US-Dollar reinkriegen. Also das ist jetzt ein bisschen längerfristig noch gedacht. Heißt nicht, dass es heute oder morgen passiert, aber wir könnten es mal ein bisschen in der Hinterhand behalten, ob das dann wirklich so eintritt. Ich finde es nicht verkehrt und momentan passt es auch relativ gut, auch zu den nächsten Zonen, die wir ein bisschen so momentan zumindest im Blick haben. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Hier sieht es auch nicht wirklich bullish aus oder aber auch nicht wirklich bearish. Klar, wir haben darüber gesprochen. Wir befinden uns weiterhin oder sind hier rejected worden an dieser Zone hier oben im Golden Pocket. Also auch hier das höhere, das tiefere Hoch bestätigt. Das Einzige, was mich hier noch ein bisschen so verunseitigt, ist einfach das Volumen. Deswegen gehe ich weiterhin davon aus, dass wir zumindest diese grüne Box hier oben bei den 1687 bis 1680 noch einmal testen sollten. Einfach um die Liquidität da oben abzugreifen. Und dann schauen wir mal, wie hier oben die Reaktion ist. Kriegen wir hier einfach wieder nur einen Wig drüber über die 1686. Bleibe ich bearish und dann werde ich mich hier oben sehr, sehr wahrscheinlich auch short orientieren. Und dann ist das Ziel auf jeden Fall hier unten die 1570 US-Dollar, das Golden Pocket, wo wir schon seit längerem drüber sprechen. Ob wir dann hier unten schon den Bounce kriegen, werden wir dann sehen. Weil ganz ehrlich, wir haben hier unten auch nochmal so eine kleine Ineffizienz liegen bei 1534 bis 1523. Risk wären 4%. Und ihr kennt mich, das ist persönlich, ist es mir ein bisschen zu viel Risk, was wir hier unten eingehen würden. Aber da müssen wir dann mal gucken, wie die Situation ist. Sollten wir hier oben short sein, ist es mir ganz ehrlich wurscht. Dann würde ich hier unten sogar in den Long eingehen mit der restlichen Positionsgröße, die da noch offen ist. Deswegen hier dann ein bisschen als Hedge möglicherweise arbeiten. Aber wir schauen uns einfach mal, was heute der Tag bringt. Das wäre jetzt auf jeden Fall das erste Ziel hier oben, die 1687. Kriegen wir hier oben die Gegenreaktion rein oder nur einen Wig, sage ich mal bis 1694, halte ich noch für möglich. Aufgrund der Ineffizienz, die sich hier oben eben noch befindet. Das wäre noch das Maximum. Das heißt Stop Loss sollten wir hier reingehen. Auf jeden Fall über 1694 US-Dollar. Und dann auf jeden Fall Abfahrt nach unten hin. Gut, dann kommen wir noch ganz kurz zu den News. Krypto-App führt Premium-Dienste Pro und Pro Plus ein. Ich weiß nicht, ob ihr die App schon mittlerweile kennt. Ist ziemlich bekannt. Ihr kriegt da wirklich alle News. Also wirklich alle kompletten News gibt es auch in Free-Version. Also die habe ich auch installiert, einfach um die aktuellsten News nochmal ein bisschen so zu checken. Könnt ihr gerne mal durchlesen. Auch der Artikel müsste mittlerweile bei uns in der Telegram-Gruppe drin sein. Ansonsten gerne bei Krypto-Guru vorbeischauen oder ladet euch einfach die Krypto-App runter. Ist eine nice App. Schaut euch das gerne mal an. Und damit würde ich sagen, war es das für heute. Wir hören uns später noch zum XRP-Update-Video. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wünsche ich euch schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Gerne Like da lassen, Abo da lassen, Zweitkanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto.